Hallo und hier ist auch schon wieder euer Ben und willkommen zurück zu einer neuen Folge Game of Ben und willkommen zu Let's Play Yet Another Godzilla Game Und ja, wir sind Godzilla, aber ein anderer Godzilla Jump, roll, shut out, go Wow, okay Ich roll einfach mal den Helikopter über, wow Zeit aus, wow, wir sind tot Okay, alles klar, wir gehen nochmal auf Start einmal Also wie das passieren konnte, ich hab grad keine Ahnung Die Geräusche im Pentagon, wunderschön, wunderschön Super Mega Strahl Das ist hier aber ein Schloss mit los, denke Ah, ich bin Godzilla Ich roll hier mal alles nieder, einfach so Super Mega Delische Strahl Geht nicht mehr, ist aufgebraucht, komm man schon weise Oh Und schon wieder tot, okay, alles klar Das wird aber ein ziemlich kurzes Let's Play, muss ich sagen Aber ist nicht weiter tragisch Ich fand den, ich fand den, ich fand das einfach zu putzig, deswegen muss ich das mal aufnehmen Jetzt einfach mal ein kleines Spiel für zwischendurch Um Tokio ein bisschen zu zerstören, macht man ja nicht jeden Tag Hier haben wir irgendwelche Schulbusse hier unten zu stehen Ich bin ein kleiner Godzilla Ich bin ein kleiner Godzilla Ein kleiner Godzilla Aber ich sag mal, ein Online-Ranking hätte man schon machen können Damit man halt die Punkte vergleichen kann oder Gamescore oder wie auch immer Boah, hier sind ja viele Kinder Oder Schulbusse oder wie auch immer Das hat man damals noch gespielt zu Hause So mit echten, also na, mit echten, mit seinen Spielen Godzilla und so weiter Und dann hat man damit die Stadt zerstört halt Jetzt geht's auch virtuell Das Ganze am Rechner Auch mal entspannt Vorsicht Hallo Hallo Oh, der sieht aber auch putzig aus Schon cool Ist schon cool, muss ich schon sagen Gefällt mir auf jeden Fall Ich bin Godzilla Rollo, 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 mein Reifen Rollo Okay, äh, ja, es reicht, glaube ich, wieder vor heute Wo, wo bin ich? Wo bin ich? Hier bin ich, da Okay, alles klar Das ist, wow Also, Tokio sah auch schon mal besser aus Glaub ich jedenfalls Ach ja, das ist ein kleiner putziger Godzilla, wir sind tot Okay, alles klar Ähm, ja, ich würde sagen, nur Klein, aber fein Das war's heute Mit Gaming of Ben Hoffen, das Ganze hat euch gefallen Das Spiel könnt ihr auch gerne einmal kostenlos downloaden Findet ihr alles in der Videobeschreibung dazu Äh, wo, der Link halt, wo ihr das downloaden könnt Und, ja, ich sag von hier auch Tschüssikowski Und bis dahin Schreibt mir euren Schreibt mir euren Score Schreibt mir euren Score mal gerne In die Videobeschreibung rein Sprach gerade am frühen Morgen Und, ja Wie gesagt, hoffe das Ganze hat euch gefallen Wenn ihr ja gerne Video liken, kommentieren Und rechts Abonniert-Button einfach auf Clash and Dash and Smashing Damit ihr nichts mehr verpasst von mir Gaming of Ben Und, ja, äh Tschüssikowski Bis dann Bis zum nächsten Mal Und bis dann natürlich Immer schön weiter zocken Und Haus erinn Bis dann Und Bis dann